Ich bringe euch jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen, ein wenig soziale Kritik. Ich bringe euch jetzt wieder auf den Boden. Ich bringe euch jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen, ein wenig soziale Kritik. Ich bringe euch jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen, ein wenig soziale Kritik. Ich bringe euch jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen, ein wenig soziales Kritik. Ich bringe euch jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen, ein wenig soziales Kritik. Ich bringe euch jetzt wieder auf den Boden das Wort, ein wenig soziales Kritik. Ja, ihr müsst euch mal an den, äh, bestimmten, wie voll ist der Typ, oder besser gesagt, sein Hoden. Ja, und die Annabelle Larissa, erlös hatte mich von meinem Korn. Ja, und die Annabelle Larissa, erlös hatte mich von meinem Korn. Ja, und die Annabelle Larissa, erlös hatte mich von meinem Korn. Ja, und die Annabelle Larissa, erlös hatte mich von meinem Korn. Ja, und die Annabelle Larissa, erlös hatte mich von meinem Korn. Ja, und die Annabelle Larissa, erlös hatte mich von meinem Korn. Ja, und die Annabelle Larissa! Applaus Applaus Danke für den reichlichen Applaus. Also man sagt ja, Applaus ist das Geld des Künstlers, aber gebt weniger euer Geld. Was ist das eigentlich? Das Fest der Liebe? Im praxisorientierten Sinne? Oder was macht man eigentlich an Fasching? Es geht um das fröhliche Treiben. Und erst da treibt man die bösen Geister aus, dann das böse Weib. Oder mit dem bösen Weib, ja. Also eigentlich gar nicht so viel Unterschied. Schon? Weil böse Geister austreiben, das hat sowas von Exorzismus. Und jetzt, ich streck mein Kreuzier ins Gesicht. Und... Ja, was sag ich dann? Und, äh, schlug man auch nicht einmal. Ähm, ich muss auch nicht... Oh Mann, Herr Daniel. Okay. Äh, genug des unwürdigen Redes. Taten warten. Wir widmen uns dem, ähm, dem wir uns eigentlich mehr widmen sollen. Was? Wie? 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 Wie?